Ich wollte mich ganz herzlich bei all unseren Spendern bedanken, die es ermöglicht haben, dass wir jetzt diesen tollen Wartebereich hier haben in Slatina. Zum einen haben wir jetzt eine super Überdachung, Seitenwände und auch den Boden hier, der verlegt wurde, der wurde uns auch gespendet, so dass wir kein Problem mehr haben bei Regensonne und sonstigen Bitterungsverhältnissen und so wird uns das Arbeiten auch wesentlich erleichtert. Vielen herzlichen Dank dafür! Vielen Dank!